hi ich bin's anna freu mich dass du da bist guck mal für'n vlog ihr ringlicht und so und des detenzepter hab ich auch schon wieder gefunden aber ich schweife ab es gibt nämlich seit heute die anna hörbuch challenge die sieht vor dass ich bis zum 8.5 mein aktuelles hörbuchprojekt abgeschlossen habe sprich wintertöchter die frauen teil 3 der wintertöchter trilogie von minjo kleinbeck fertig eingesprochen habe geschnitten habe und ins tonstudio geschickt habe mhm das hier ist das buch insgesamt ich bin schon ganz gut weit vorangekommen aber wie viel genau und was und so und so kommt doch einfach mit durch tag 1 der anna hörbuch challenge und ja das ist eine haarklammer tag 1 startete mit meinen frühnachrichten bei radio neanderthal die schicht geht bis 12.30 einschließlich und dann habe ich früh feierabend das ist ganz schön ich war und zack zauberei war ich bei der hunderunde mit unserer freundin heidi und ihrer hündin emi und guck mal wie passend zu den wintertöchtern das könnte wirklich das wintertöchterhaus sein oder oben der juliano vielleicht ein bisschen am ende der hunderunde einen kaffee getrunken um halb vier war ich dann zu hause und dann musste ich mich erst mal ein hunde hinlegen ehrlich gesagt und während der hund geschlafen hat habe ich gechült und äh lol geguckt sehr witzig habt ihr das auch schon geguckt dann das ist wichtig dass die spülmaschine wenn die läuft würde ich das unten im buchbar hören aber die war fast fertig dann ging es runter her und musste nah da draußen bleiben sonst macht er zu viele geräusche und ja und dann herzlich willkommen in der buchbar mache ich erstmal alles an ganz chillig natürlich kaffee dabei ja nicht immer nicht alle decken da sind hoch ein rechner gestartet und dann ging es ans einsprechen und das deppen zettel habe ich gefunden ja für euch ohne turndecke sang ja habe ich ein bisschen spaß bei der arbeit ja in der tatsache guck mal miss panda und so sehe ich aus wenn ich einspreche schön mit der rosa tolle wintertöchter die frauen part 3 der wintertöchter trilogie von mignon kleinberg hier gab es draußen geräusche das hat mich genervt da konnte ich nicht einsprechen dachte ich spiele ich ein bisschen finde den unterschied naja dann ging es doch weiter ich habe das kapitel zu ende gesprochen dann chili billi feierabend für heute ging es wieder hoch dann habe ich mir noch eine kleinigkeit zu essen gemacht und um euch zu zeigen wie viel ich gemacht habe das habe ich heute eingesprochen war nicht viel aber ich mache ja pöpö ein bisschen habe ich noch vor mir part 2 dann morgen freue mich und